Herzlich willkommen, liebe Freunde der Schutz-, Leit- und Elektrotechnik. Wir erhalten häufig Anfragen von Berufseinsteigern zu sehr grundlegenden Themen. Eine Frage davon ist zum Beispiel, wie man eigentlich die Bürde misst und ob wir spezielle Prüfgeräte zur Bürdenmessung verwenden. In unserem heutigen Grundlagenbeitrag zeigen wir, wie es in der Praxis gemacht wird. Los geht's! Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass Bürdenmessung nicht gleich Bürdenmessung ist. Zum einen ist es möglich, die Bürde des Strombandlers selbst und damit seine Leistung zu bestimmen. Eine weitere Bürdenmessung ist die sogenannte Betriebsbürdenmessung, bei welcher die Leistungsaufnahme oder auch die angeschlossene Last des gesamten Sekundärkreises ermittelt wird. In unserem heutigen Beitrag beschäftigen wir uns ausschließlich mit dieser zweitgenannten Betriebsbürdenmessung, da diese als eine der wichtigsten Prüfungen im Rahmen der Inbetriebssetzung von Strombandern gilt. Das Ziel der Betriebsbürdenmessung ist der Nachweis, dass die Bürde des angeschlossenen Sekundärkreises die Nennbürde des Strombandlers nicht übersteigt. Wir wollen also eine Überbürdung des Strombandlers vermeiden, denn nur dann können wir davon ausgehen, dass der Wandler auch das hält, was er laut Typenschild verspricht. Zu diesem Zweck wird der sekundäre Stromwandler-Nennstrom, welcher in der Regel entweder 1 oder 5 Ampere beträgt, in die Leiter Erde schleifen der Klemmleiste des Wandlerklemmkastens eingespeist und die über den Klemmen abfallende Spannung mittels Multimeter gemessen. Wie wir sehen, sind zur Messung der Betriebsbürde keine besonderen Prüfgeräte erforderlich. In der Praxis ist man hier mit einem Zwerger 900 oder mit einem Compano 100 immer gut beraten. Ein Multimeter hat ohnehin jeder im Koffer. Wenn es das verwendete Prüfgerät hergibt, kann man gegebenenfalls sogar die Spannungsmessung gleich mit integrieren und sogar die Bürde direkt vom Messgerät berechnen und anzeigen lassen. Andernfalls gilt, da es sich bei unserer Bürdenmessung um die Messung der einphasigen Scheinleistung handelt, müssen wir nur den eingespeisten Strom mit der gemessenen Spannung multiplizieren und erhalten die Bürde in VA. Sollte es in der Praxis nicht möglich sein, direkt ab dem Klemmbrett zu messen, verwenden wir einfach die nächste Klemmleiste, zum Beispiel im Vorortsteuerschrank. Die dadurch vernachlässigte Strecke schätzen wir rechnerisch ab und addieren sie zum Messergebnis dazu. Unsere Tabelle liefert Schnellwerte für die nicht messbare Strecke und dient darüber hinaus zur Plausibilitätsprüfung für gemessene Werte. Solltet ihr mal eine Anlage vorfinden, bei welcher man zwischen Wanderklemmkasten und Schutzrelais einen Hubschrauber benötigt, da einige 100 Meter Kabel verlegt wurden, dann haben wir eine schöne Formel für euch entwickelt. Wenn ihr diese Formel im Kopf habt, könnt ihr auch die eben gezeigte Tabelle getrost vergessen. Um die Bürde der Verkabelung abzuschätzen, müsst ihr einfach das Quadrat des sekundären Wandlernennstroms mit dem Quotient aus einfacher Leitungslänge und dem eingesetzten Kabelquerschnitt und der Zahl 0,044 multiplizieren. Wichtig, hier bitte immer nur die einfache Leitungslänge ansetzen, also nur den Hinleiter. Die Formel berücksichtigt automatisch die Gesamtschleife. Herzlichen Dank fürs Reinschauen, viel Erfolg und bis bald! Bis zum nächsten Mal! Sü